Herzlich willkommen zu einem weiteren Lippe GDX Tutorial. Jawohl, wir wollen direkt weitermachen und was einigen von euch wahrscheinlich nicht aufgefallen ist, allerdings die letzte Folge habe ich vor, ich weiß gar nicht, einem Jahr oder einem halben Jahr, auf jeden Fall schon vor ziemlich langer Zeit aufgenommen. Und dementsprechend ist das Projekt, was ich dort erstellt habe, auch schon ziemlich veraltet. Was aber eigentlich gar nicht so schlecht ist, denn wir können das jetzt nutzen, oder ich kann es jetzt nutzen, um zu zeigen, was ihr machen müsst, wenn ihr eben die Projektversion aktualisieren wollt. Ich meine, jetzt in diesem Fall hat man eigentlich noch nichts wirklich programmiert, von dem her könnten wir auch einfach ein neues Projekt generieren. Allerdings, normalerweise hat man natürlich schon ein größeres Projekt selbst erstellt und dann will man nicht einfach ein neues Projekt generieren, sondern will das aktuelle Projekt einfach updaten. Und ja, wie gesagt, ich zeige euch mal, wie das geht. Und dafür müssen wir im Endeffekt hier in unserer Projektansicht diese Haupt-Build.gradle-Datei öffnen. Und hier sehen wir schon bei All Projects, da stehen im Endeffekt die ganzen Versionsnummern. Und wir öffnen einfach mal hier den Browser in einem neuen Tab und gehen hier mal ganz kurz auf LibGDX Versions oder Versions, so. Ich kann für euch mal ein bisschen heranzoomen, damit es nicht ganz so klein ist. So, da gehen wir hier drauf und dann seht ihr eben diese Seite. Und da gibt es eben zwei Dinge, einerseits Release und dann Snapshots. Für eigentlich jedes Spiel solltet ihr tatsächlich Release nehmen, denn Snapshots, da kann sich einfach zu viel ändern. Da kann auch mal irgendwas noch nicht so ganz funktionieren. Von dem her eigentlich so ziemlich für jedes Spiel Release nehmen. Außer ihr seid wirklich nur irgendwie am Testen oder so, da könnt ihr auch von mir auch Snapshots nehmen. Aber für irgendwelche richtigen Spiele immer Release-Versionen nehmen. Dann sehen wir hier eben die Haupt-Release-Version, also 1.99. Und entsprechend mache ich das mal ein bisschen so. Gut, und dann können wir das nämlich hier im Moment, das kriegen wir da auch hin. Keep above others. So, perfekt. Dann können wir das nämlich jetzt hier schön alles einstellen. Also, GDX-Version ist es hier bei 1.9.9. Dann haben wir hier die Robo4M-Version, die sehen wir hier. Da sind wir jetzt mittlerweile bei 2, 3 und 5. Dann Box2Delight-Version und das Ganze hier können wir erstmal so lassen. Auch da gibt es theoretisch neuere Versionen. Aber ich habe mal getestet, wenn man aktuell im Projekt-Setup macht, dann gibt es auch immer noch diese Versionen, von denen wir da müssen wir eigentlich nichts ändern. Hier oben haben wir noch die Android-Build-Tools. Die sehen wir hier. Nee, ich meine hier. Das ist 3.2.0. Das heißt, das können wir auch hier aktualisieren. Uch, 3.2.0. Und dann hoffe ich mal, dass wir sonst nichts vergessen haben. Genau, dann müssten wir eigentlich jetzt hier auf Import Changes oder wir können auch auf Enable Auto-Import drücken. Dann wird er nämlich immer alles aktualisieren, sobald wir irgendeine Änderung machen. Gut, das brauchen wir dafür nicht mehr. Allerdings wird es immer noch nicht funktionieren, wie man hier oben sieht. Und zwar, und das ist jetzt eine Besonderheit, das muss man nicht immer machen, aber jetzt in dem Fall hat sich auch die Gradle-Version geändert. Und dementsprechend muss ich hier auf Gradle, auf Wrapper, auf die Wrapper.properties und hier von dem 4.4 auf 4.6 minus Bin umstellen. Wie gesagt, das muss man normalerweise nicht machen. In dem Fall jetzt schon, damit es funktioniert. Also im Zweifelsfall, wenn es bei euch nicht geht bei so einer Aktualisierung, müsst ihr halt doch nochmal ein zweites Projekt erstellen, sag ich mal. Im Hintergrund ein kleines Testprojekt und dann halt vergleichen, wo es irgendwelche Änderungen gibt. Jetzt in dem Fall sollte das dann aber eigentlich reichen. Können wir schauen, ob wir das hier jetzt zum Laufen bekommen oder ob wir noch weiter Probleme haben. Einfach mal auf, huch, halt, nein, nein, nicht Android. Habe ich noch das Falsche ausgewählt. Wir müssen natürlich wieder hier auf One. Ich würde das jetzt gerne hier auf dem Desktop ausführen. Und diese Warnungen, die ihr seht, sind erstmal egal. Also ihr könnt ihr tatsächlich erstmal ignorieren. Wichtig ist, dass sich hier dieses Fenster eben wieder öffnet, sobald ihr das ausführt. Beziehungsweise ihr müsst natürlich gar nichts ändern, weil ihr habt wahrscheinlich so oder so die neueste Version. Aber das ist eben die Art und Weise, wie man hier die Version aktualisiert. So, gut. Das wollte ich einerseits zeigen. Und das hat... Weil jetzt... So, jetzt bin ich wieder da. Gut, gab es hier ein kurzes Geflackern. So, das können wir entsprechend eigentlich ignorieren. Ich weiß gar nicht, warum das hier die ganze Zeit da ist. Nun ja, so, was wollen wir heute ganz speziell machen? Und zwar möchte ich heute nochmal hier diesen Code durchgehen, der im Endeffekt schon von LibGDX so erzeugt wurde. Und da sehen wir zunächst mal hier dieses Extents Application Adapter. Wenn wir mal die Steuerungstaste gedrückt halten und hier mit der Maus drüber fahren, dann wird das hier so eine Art Link. Das wird hier unterstrichen. Wenn wir draufdrücken, dann kommen wir eben genau dorthin, wo das Ganze definiert ist. Das heißt, wir springen jetzt hier in den Source Code von LibGDX, was immer ganz praktisch ist. Und hier können wir auch noch auf den Application Listener drücken. Und das ist das eigentlich Wichtige. Ihr seht auch, dass es hier alles entsprechend annotiert. Also, ihr könnt jetzt tatsächlich auch so eine Web-Dokumentation öffnen im Browser und das dann dort auch anschauen. Ich persönlich habe es lieber direkt im Code und sehe das dann hier. Aber wie gesagt, wenn ihr lieber die Web-Version haben wollt, dann gibt es das durchaus auch. Das reicht wahrscheinlich, wenn ihr einfach LibGDX Application Listener sucht. Und dann müsstet ihr eigentlich schon drauf kommen. Genau, und hier sehen wir so ein paar Methoden, die wir im Endeffekt mit unserer Application implementieren müssen. Das heißt, wir haben einerseits die Create, Resize, Render, Pause, Resume und Dispose. Und das ist jetzt hier schon mal wichtig zu verstehen. Und zwar sind das Methoden, die LibGDX aufruft. Das heißt, wir müssen uns nicht darum kümmern, die irgendwie aufzurufen oder so. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Methoden im Endeffekt irgendwas machen. Das heißt, wir müssen den Körper von diesen Methoden definieren. Aber das Aufrufen, wie gesagt, das übernimmt LibGDX. Das heißt, wenn unsere Anwendung gestartet wird, wird eben diese Create-Methode aufgerufen. Falls sie irgendwie geresized wird, primär eigentlich auf dem Desktop, das heißt, wenn ich das Fenster größer oder kleiner mache, dann kriegen wir eben hier, hier wird dann diese Methode aufgerufen. Und hier in Width und Hide stehen im Endeffekt auch die neue Größe der Anwendung drin. In Render müssen wir im Endeffekt, das ist unsere Game Loop, das heißt, das wird immer wieder in der Dauerschleife aufgerufen. Und Render, da müssen wir uns im Endeffekt darum kümmern, dass wir ein neues Bild, also ein neues Frame zeichnen. Und dementsprechend müssen wir da drin auch unsere Welt im Endeffekt updaten. Das heißt, wir bewegen die Objekte in unserer Welt, das heißt, der Spieler bewegt sich und irgendwelche anderen Dinge, die sich bewegen müssen, bewegen sich auch. Und dann zeichnen wir eben das neue Frame und zeigen es an. Dafür ist eben das Render da. Und dann haben wir noch so ein paar Sachen, also Pause wird eben aufgerufen, wenn das Ding pausiert wird. Beispielsweise, wenn ich auf Android dann einfach das Ganze minimiere oder halt aus der App rausgehe, aber die App noch nicht beende. Und Resume ist dann eben entsprechend, wenn ich die App wieder öffne, ohne dass ich sie vorher beendet habe. Und das Pause, das wird eben dann aufgerufen, wenn die App beendet wird oder die Anwendung. Und entsprechend sollte man da so ein bisschen Aufräumarbeit tätigen. Genau, also für uns die Aufgabe ist im Endeffekt eben so eine Application zu erstellen, die diese Methoden hier definiert. Beziehungsweise, damit es uns ein bisschen einfacher gemacht werden, gerade wenn wir nicht unbedingt jede Methode implementieren, gibt es eben diesen Application Adapter. Und hier sieht man, das macht eigentlich nicht mehr, als jede Methode von denen hier im Endeffekt zu überschreiben mit einer leeren Methode, die einfach nichts macht. Das ist eben so, ja im Endeffekt eine Anwendung, die überhaupt nichts machen würde. Und dann können wir aber hier in unserer Primäranwendung eben nur noch das überschreiben, was wir auch wirklich brauchen. Weil ansonsten müssten wir eben hier jede Methode drin haben, aber so brauchen wir halt nur die, die wir auch wirklich nutzen wollen. Das ist also auf jeden Fall schon mal sehr praktisch und macht das Ganze ein bisschen kleiner. Gut, dann schauen wir einfach mal hier noch ein bisschen weiter durch, was wir hier noch so haben. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal den Sprite-Batch und das nutzen wir im Endeffekt primär zum Zeichnen. Und wenn ihr ein 2D-Spiel macht, dann werdet ihr auch so ziemlich die ganze Zeit so ein Sprite-Batch nutzen. Und kurz gesagt, kann ihr einfach das Zeichnen von eurem 2D-Spiel beschleunigen, in manchen Fällen. Und deswegen ist das ganz praktisch. Das heißt, er hat da so ein paar Optimierungen. Ich möchte aber noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was er tatsächlich genau macht. Und deswegen müssen wir uns auch ein bisschen anschauen, was die Grafikkarte eigentlich macht. Und zwar, die Grafikkarte an sich kann theoretisch auch mit Punkten und Linien arbeiten, aber primär arbeitet die Grafikkarte mit Dreiecken. Das heißt, im Endeffekt ist nämlich alles, was wir zeichnen, mit der Grafikkarte ist im Endeffekt irgendwie ein Dreieck. Das kann man sich vorstellen für das VRD-Spiel. Sagen wir mal, ich habe irgendwie einen Baum oder von mir aus auch den Hauptcharakter oder einen Felsen oder was auch immer als Bild vorhanden. Dann möchte ich jetzt das Ding einfach anzeigen in meinem Spiel. Es ist jetzt aber nicht ganz so einfach, wie man vielleicht denkt, denn, wie gesagt, die Grafikkarte kann nur mit solchen Dreiecken arbeiten. Und was wir dann machen, ist, dass wir ein Viereck zeichnen, bestehend aus zwei Dreiecken. Und auf dieses Viereck projizieren wir dann unser Bild. Das geht. Wir können ein Bild eben auf so ein Viereck drauf projizieren, aber wir brauchen halt erstmal dieses Viereck. Und dieser Sprite-Batch, der kümmert sich im Endeffekt darum, dass er dieses Viereck erzeugt und entsprechend dann anzeigt. Genau. Und das Ganze, dieses Viereck mit einem Bild drauf, das nennt sich dann in der Regel auch Sprite, deswegen hier Sprite-Batch. Batch steht eben dafür, dass es im Endeffekt, ähm, huch, nicht umdrehen, dass es im Endeffekt, ja, wie eine Art Stapel oder so ist oder einfach eine gewisse Menge. Das heißt, dass nicht immer jedes Sprite einzeln gezeichnet wird, sondern dass mehrere zusammengefasst werden und dann in einem Rutsch gezeichnet werden. Wie gesagt, das ist die Optimierung, die der macht. Sollen sie erstmal hier nicht weiter interessieren. Als nächstes sehen wir hier noch die Textur. Und Textur ist jetzt im Endeffekt eben genau dieses Bild, welches wir auf diesem Viereck anzeigen wollen. Und ja, wie gesagt, nennt sich halt in der Spielentwicklung Textur. Und entsprechend müssen wir das Ganze auch laden. Das heißt, das machen wir natürlich hier in Create. Wichtig ist hier, keinen Konstruktor oder so verwenden, denn der Konstruktor würde aufgerufen, bevor LibGDX initialisiert wird. Deswegen immer ganz wichtig, wenn ihr hier in dieser Anwendung, wenn ihr da irgendwas erstellen wollt, dann keinen Konstruktor nehmen, sondern eben hier diese Create-Methode. Sehen wir auch schon, da drin wird nicht viel gemacht. Der Batch wird im Endeffekt erstellt. Und hier zusätzlich wird noch dieses Image geladen, beziehungsweise eben diese Textur. Und da sehen wir auch schon, hier haben wir dann einfach badlogic.jpg. Für den Fall der Fälle, dass ihr Android ausgewählt habt in eurem Projekt, habt ihr das Ganze hier unter Android, unter Assets. Und dann müsste hier eben diese badlogic.jpg-Datei sein. Und die kennen wir ja tatsächlich auch schon. Die sehen wir ja, wenn wir die Anwendung ausführen. Das ist eben genau dieses Bild hier. Und das wird eben reingeladen als Textur und dann am Ende auch auf einem Quadrat im Endeffekt angezeigt. Gut, das ist also das, was hier diese Create-Methode macht. Als nächstes schauen wir uns mal Render an. Im Rendern, wie gesagt, geht es primär darum, erstmal ein neues Bild zu erstellen. Das heißt, immer wenn Render aufgerufen wird, sollen wir ein Frame für unsere Anwendung zeichnen. Und als allererstes müssen wir tatsächlich den Bildschirm clearen im Endeffekt, also leer machen. Denn standardmäßig ist da im Endeffekt noch das Bild vom letzten Mal drin. Wir wollen aber natürlich frisch anfangen zu zeichnen. Und deswegen müssen wir diesen Bildschirm im Endeffekt löschen, also clearen. Und das machen wir eben mit diesen beiden Aufrufen. Zunächst mal sagen wir hier mit gdx.gl.gl.clearcolor, mit welcher Farbe gelöscht werden soll. Und in dem Fall hier haben wir jetzt Rot. Das sehen wir einfach hier dran, dass hier eben der Rotkanal ist auf 1 und Grün und Blau sind auf 0. Man kann durchaus auch mit einer anderen Farbe clearen. Wir könnten auch zum Beispiel mit 0,0,0 clearen. Das wäre jetzt ein Schwarz. Der Alphawert hinten ist im Endeffekt, sagt ja, wie transparent das Ganze sein soll. Können wir erstmal so lassen. Soll uns nicht weiter interessieren. 1 ist hier auf jeden Fall immer der beste Wert eigentlich. Und wenn wir es jetzt ausführen, dann sehen wir jetzt hier, dass das Ganze jetzt tatsächlich schwarz ist im Hintergrund. Da wir immer, wenn wir zeichnen, zunächst mal das Ganze schwarz machen. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen, wie wir weiß zum Beispiel hinbekommen könnten oder grün. Weiß wäre einfach 1,1,1 und grün wäre eben 0,1,0. Und so könnt ihr gerne auch schon ein bisschen rumexperimentieren. Was ja schon feststellt ist, dass eben die Farben hier im Fließkommazahlbereich sind, zwischen 0 und 1. Das heißt, 0 bedeutet eben keine Farbe und 1 bedeutet die volle Farbe. Dementsprechend, wenn wir so ein mittleres Grausmasch haben wollten, dann müssten wir hier 0,5 überall machen und ein F noch hinten dran, weil es hier Fließkommazahlen braucht. Das können wir gerne auch mal austesten. Jetzt sind wir hier eben so im Endeffekt bei einem Grau. Ja, sieht man hier auch ganz schön. Das heißt, wie gesagt, hier die Farbkanäle sind eben zwischen 0 und 1. Wir können es aber erstmal wieder auf 1 zurückstellen. So, das sollte sich also auf rot zurückstellen. So, das wollte ich sagen. Ja, ist halt der Standard. Aber in der Regel, wenn er eine richtige Anwendung programmiert, ist es eher auf schwarz. Ach komm, vielleicht machen wir auch direkt schwarz. Schwarz ist eigentlich das Übliche. Damit dann, wenn nichts gezeichnet wird, dann ist es halt der Bildschirm an der Stelle einfach schwarz. Gut, als nächstes, hier mit dem hier oben haben wir im Endeffekt nur die Farbe eingestellt, aber wir haben tatsächlich noch nicht gelöscht. Das löschen machen wir erst hier mit diesem gdx.gl.gl.clear. Und mit diesem gl, da seht ihr schon, gl steht im Endeffekt für OpenGL und das ist eben genau das, was libgdx im Hintergrund nutzt. Das nutzt im Endeffekt auch nur OpenGL und ihr könnt auch jederzeit auf OpenGL zurückgreifen, wenn ihr ein bisschen Low-Level arbeiten wollt. Jetzt hier in dem Fall wollen wir eben einfach nur dieses gl.clear nutzen. Könnt ihr auch nachschauen auf der OpenGL-Dokumentation, was es genau macht. Im Endeffekt müssen wir nur angeben, was wir löschen wollen und mit diesem gl-color-buffer-bit sagen wir im Endeffekt einfach, ja, lösche bitte den Farbbuffer, also im Endeffekt die Farbe, die in unserem Frame angezeigt werden soll. Gut, das heißt, hier nach diesem Aufruf haben wir ein komplett schwarzes Bild und dann fangen wir an zu zeichnen. Und wenn wir mit einem Sprite-Batch zeichnen wollen, müssen wir immer zuallererst batch.beginn aufrufen. Das ist ganz wichtig, wenn wir das nicht machen würden, würde das Programm komplett abstürzen und es würde nichts funktionieren. Also wenn ihr mit einem Sprite-Batch zeichnen wollt, immer zunächst batch.beginn aufrufen und dann können wir eben mit diesem Batch zeichnen. Wie das geht, schauen wir uns gleich an. Und danach, nach dem Zeichnen, auch wieder batch.end aufrufen. Ihr könnt aber hier zwischen beliebig oft, also wir haben jetzt nur ein Bild gezeichnet, wir können aber durchaus noch ein zweites, drittes, viertes und fünftiges Bild zeichnen und dann erst end aufrufen. Wichtig ist nur, am Ende des Frames, wenn ihr mit dem Batch nicht mehr zeichnen wollt, dann müsst ihr eben end aufrufen. Genau. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir hier mit dem batch.draw genau machen. Da sehen wir schon, wir geben hier einerseits die Textur rein, also das Bild, das wir im Endeffekt anzeigen wollen. Und dann sagen wir hier noch, an welcher Position das Bild angezeigt werden soll. In dem Fall sagen wir hier 0, 0. Und wenn wir das mal ausführen, da sieht man das auch ganz schön, denn das Bild ist ja hier unten links in der Ecke, denn da unten links ist die Koordinate 0, 0 und hier ganz rechts wählt es die Koordinate 1, 0, weil es 1 auf der x-Achse ist, das heißt, wir sind ja ganz am rechten Rand. Also ihr merkt schon, das ist auch wieder hier zwischen 0 und 1, dieser Bereich. Und hier oben zum Beispiel wäre 1, 1. Ich muss gerade aufpassen, ich glaube, so ist es tatsächlich nicht. Wir können es mal ausprobieren. Vermutlich ist es eher in Pixeln tatsächlich angegeben. Wir müssen uns mal testen. Ja genau, es ist in Pixeln angegeben. Okay, also, wir haben jetzt hier, das sieht man gar nicht, weil es so klein ist, jetzt ist das Bild im Endeffekt um einen Pixel verschoben. Das heißt, ich habe euch gerade ein bisschen Quatsch erzählt. Das geht also nicht von 0 bis 1, sondern es geht von 0 bis, was ist diese Ecke, kommt darauf an, wie groß die Anwendung ist. Das können wir auch abfragen. Das heißt, sagen wir mal, jetzt können wir schon mal ein bisschen was programmieren heute. Sagen wir mal, wir wollen dieses Bild jetzt nicht links unten in ein Eck anzeigen lassen, sondern hier rechts oben ist es die Frage, okay, was müssen wir dafür machen? Und im Endeffekt brauchen wir also die Koordinate von dieser Ecke, wobei wir aufpassen müssen, denn wenn wir das hier oben in der Ecke zeichnen, dann würde das Bild hier oben sein, ja, also außerhalb des Bildschirmbereichs. Das heißt, wir müssen diese Ecke nehmen, aber dann die Größe von unserem Bild wieder abziehen. Das heißt, wir müssen einerseits die Breite abziehen und dann noch die Höhe des Bildes abziehen und dann müssen wir das ungefähr hier zeichnen. So, das ist also der Plan, den wir hier haben und das wollen wir jetzt auch direkt mal machen. Die Größe können wir folgendermaßen abfragen, gdx.graphics.getWidth, also dann hier für die Breite und die Höhe kriegen wir mit gdx.graphics.getHeight. So, das braucht man durchaus häufiger, wenn man eben irgendwas schön ausrichten will und jetzt müssen wir eben, wie gesagt, noch die Größe von unserer Textur im Endeffekt abziehen. Das machen wir mit minus img.getWidth und hier hinten minus img.getHeight. So, das sollte dann passen. Führen wir es mal aus und tadaa, unsere Textur ist jetzt genau da, wo wir sie anzeigen wollen. Und ihr seht auch, standardmäßig wird eben die Textur in der Größe angezeigt, in der sie auch ist. Das heißt, unsere Textur ist jetzt hier, sagen wir mal, 300 Pixel breit, dann wird ja auch eben genau 300 Pixel breit gezeichnet. Wir können aber tatsächlich hier bei dem Draw auch noch zusätzlich eine Breite und Höhe angeben. Wir könnten zum Beispiel nur hoch 100 angeben. Das heißt, wir haben eine Breite und eine Höhe von 100. Wenn wir es jetzt mal ausführen, sehen wir, dass eben das Ding jetzt deutlich kleiner ist. Das heißt, heißt, wir können eben hier die Größe manuell festlegen. Wir können natürlich auch eine andere Höhe als Breite angeben, dann wird es noch irgendwie gestreckt. Aber, ja, wenn wir einfach die Originalgröße haben wollen, dann können wir das auch einfach weglassen. Dann macht es das Spreadbatch nämlich ganz von alleine. Gut, wir können auch, wenn wir uns das wirklich interessieren, können wir auch hier wieder mit Steuerung draufdrücken und landen dann hier bei der Methode, die wir im Endeffekt aufrufen. Das heißt, hier sind wir jetzt auch wieder im libgdx Source Code und dann sehen wir, dass das im Endeffekt das hier aufruft. Da können wir auch noch kurz da drauf gehen und dann sehen wir hier, was gemacht wird. Und das braucht uns eigentlich nicht weiter zu interessieren, aber was im Endeffekt hier gemacht wird, ist eben, das ist eigentlich der Code, um dieses Quadrat und dieses Rechteck zu erzeugen, auf dem wir dann die Textur anzeigen. Allerdings, was man hier vielleicht auch schon sieht, wenn man es sich ein bisschen genauer anschaut, tatsächlich wird hier noch nichts gezeichnet. Das Zeichnen passiert nämlich dann erst, bei dem Batch.end. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir eben hier das Batch.end aufrufen, denn sonst würde einfach gar nichts gezeichnet werden. Das heißt, wir können hier von mir aus 20 Mal irgendwas mit Batch.end zeichnen oder im Endeffekt in so eine Schlange einreihen und dann mit Batch.end können wir der Grafikkarte einmal in einem Rutsch sagen, okay, zeichne uns das Ganze und dann wird das direkt gemacht. Genau. Und zu guter Letzt haben wir hier unten noch Dispose. Das ist im Endeffekt so das Gegenteil von Create, wenn man so will. Das heißt, das wird eben aufgerufen, wenn die Anwendung beendet wird. Und hier sehen wir eben, wir rufen Batch.dispose und IMG.dispose auf. Das heißt, im Endeffekt geben wir halt die Dinge wieder frei, die wir hier oben erstellt haben. Das ist durchaus auch sinnvoll. Java hat natürlich einen Garbage-Collector. Allerdings müssen wir bedenken, dass wir hier an der Stelle mit OpenGL auch arbeiten. Und OpenGL an sich ist in C entwickelt. Und generell legen wir dort häufig Speicher auf der Grafikkarte an. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall sinnvoll, hier immer dieses Dispose aufzurufen. Wie gesagt, in Java an sich wäre sowas überhaupt nicht nötig, aber dadurch, dass wir hier Ressourcen auf der Grafikkarte anlegen und so weiter, müssen wir eben doch dieses Dis, oder sollten wir dieses Dispose aufrufen, wenn wir eben Dinge aus dem Grafikspeicher auch wieder löschen wollen. Wenn unsere Anwendung beendet wird, wird zwar in der Regel dennoch alles von unserer Anwendung gelöscht, auch auf der Grafikkarte, aber wenn wir eben irgendwo in der Anwendung mal ein Bild oder eine Textur eben laden und dann aber später nicht mehr brauchen, unsere Anwendung aber trotzdem weiterläuft, dann sollten wir definitiv eben dieses Dispose aufrufen. Besonders wichtig ist das auch zum Beispiel, wenn wir für Android entwickeln, denn dort ist natürlich der Grafikspeicher deutlich geringer. So eine heutige GPU, ja, auf dem Desktop hat natürlich, was weiß ich, 6 GB Grafikspeicher oder noch mehr, aber auf dem Smartphone sieht die ganze Sache wieder ganz anders aus. Das heißt, da ist es besonders wichtig, dass ihr Dinge, die ihr nicht mehr braucht, auf jeden Fall dann dispost. Gut, das wär's dann erstmal mit diesem Part. Ich hoffe, es ist halbwegs klar, was hier unsere Anwendung, die uns hier erstellt wurde von LibGDX hier tatsächlich macht. Wenn noch irgendeiner der Befehle, die wir haben, unklar ist, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden und ich werde dann nochmal versuchen, da vielleicht nochmal ein bisschen was klarer zu machen beziehungsweise auch immer gerne auf dem Discord melden, da sind nämlich in der Regel noch mehr Leute, die euch eure Fragen beantworten können. Und dann werden wir in den nächsten beiden Parts tatsächlich mal ein bisschen die einzelnen Plattformen anschauen. Das heißt, wir werden in einem Part den Desktop anschauen und was wir da alles machen, da gibt es natürlich eine ganze Menge Einstellungsmöglichkeiten, die man da vornehmen kann. Das wäre eben hier dieser Part. Und dann werden wir auch einmal eben anschauen, wie das Ganze auf der Android-Seite aussieht. Das heißt, wie man da alles machen kann, zum Beispiel auch, wie man da Berechtigungen nutzen kann, wenn wir irgendwie auf irgendwas zugreifen wollen und so weiter. Da gibt es eben dann zu jeder Plattform im Endeffekt einen Part. Und genau, das machen wir dann in den nächsten beiden Parts und danach werden wir auch wirklich anfangen, mal noch ein bisschen mehr mit LibGDX zu machen. Sprich, dass wir hier dann mehr als nur diese kleine Anwendung haben. Gut, dann hoffe ich mal, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und wenn noch nicht geschehen, freue ich mich natürlich auch über ein Abo und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, schönen Tag noch und ciao.